Ja, hallo, ich bin die Sabrina, ich bin 25 Jahre alt. Wir befinden uns heute in einem verlassenen Haus mit Retro-Tapieten und haben schon jetzt einige super schöne Bilder gemacht. Wir hoffen, dass es euch gefallen und ich hoffe, dass jetzt noch das Licht hier erhält, dass wir noch weitermachen können. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat.